Jetzt ist Gerd an der Reihe mit RWE-Tribunal. Das ist sehr passend. Ich habe mich noch mal gebeten. Er hat CD's dabei, sprecht den Künstler gerne an. Er ist bereit, von seinem Oeuvre was abzugeben. Soweit! RWE gehört vor ein Tribunal. Was der Konzern sich rausnimmt, das ist nicht normal. Menschenrechte er zu verletzen wagt. Dafür gehört er umfassend angeklagt. Heimatvertreibung gab's nicht nur in Lützerat. Dazu Rückenwind für RWE vom Staat. Wer hört genau hin, was die Opfer uns erzählen, der kann nicht mehr die Mitverantwortlichen wählen. Die Rhein und Ruhr-Kohle-Mafia lässt uns keine Wahl. Darum ein Tribunal. Darum ein Tribunal. Für Klimaschutz und Menschenrechts statt grenzenlose Gier. Darum sind wir hier. Darum sind wir hier. Darum ein Tribunal. Wir haben keine Wahl. RWE verübt Verbrechen ohne Zahl. Es wurde nicht nur im Bürgerwald Natur zerstört. Als ob das Land RWE allein gehört. So lange Lobbyisten dieses Land regieren. So lange kann Demokratie nicht funktionieren. Natur und Klima zählen für RWE nicht viel. Profit alleine ist das Unternehmensziel. Und deshalb wird RWE nun angeklagt. Und deshalb wird RWE nun angeklagt. Darum ein Tribunal. Darum ein Tribunal. Wir haben keine Wahl. Für Klimaschutz und Menschenrechts statt grenzenloser Gier. Darum sind wir hier. Darum sind wir hier. Darum ein Tribunal. Wir haben keine Wahl. RWE verübt Verbrechen ohne Zahl. Luft wird verpestet, wenn man Braunkohle verbrennt. Die Risiken für Lungenkrebs man lang schon kennt. Erwärmt das Klima, sich der Meeresspiegel steigt. Doch RWE sich unbeeindruckt zeigt. Inseln und Küsten sind von Fluten längst bedroht. Auf die Bewohner, die nicht fliehen, wartet der Tod. Doch RWE lässt das ganz offensichtlich kalt. Man hat sich längst noch nicht genug Gewinn gekrallt. Die Rhein- und Ruhr-Kohle-Mafia lässt uns keine Wahl. Darum ein Tribunal. Wir haben keine Wahl. Für Klimaschutz und Menschenrechts statt grenzenloser Gier. Darum sind wir hier. Darum sind wir hier. Darum ein Tribunal. Wir haben keine Wahl. RWE verübt Verbrechen ohne Zahl. Gletscher schmelzen an den Polen, taut das Eis. Weiße Bären sterben aus, es wird zu heiß. Der Golfstrom dreht sich und das Wetter wird extrem. RWE schaut weg und macht es sich bequem. Politik wird gewissenlos gespielt. RWE hat sich da niemals lang geziert. Polizei wird vom Konzernwerk Schutz missbraucht. Man sieht von Weitem, wie der Kraftwerk Schornstein raucht. Polizei wird als Konzernwerk Schutz missbraucht. Man sieht von Weitem, wie der Kraftwerk Schornstein raucht.